Die Verlassenen vergessen nie, sagt man. Aber es stimmt nicht. Sie haben die schön traurigen Lieder. Mit denen ist das Mitleid. Die die verlassen. Mit denen ist niemand. Die haben keine Lieder. Marie! Er hat sie nicht vergessen. Er versteckt sie vor mir. Warum sind Sie von Bord damals? Wollten Sie zu ihm zurück? Ich weiß nicht. Warum suchen Sie ihn dann? Weil er mein Visum hat. Ich komme ohne ihn hier nicht mehr weg. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Den hat einer unserer Bekannten zu ihm nach Paris gebracht. Und da habe ich ihm geschrieben. Dass er nach Marseille kommen soll. Und dass hier unsere Visa bereit liegen. Und er hat den Brief bekommen. Das weiß ich. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wir wollen. Das weiß ich nicht. Lieben Sie den Arzt? Das war's für heute.